Wenn ich mich nicht verzählt habe, ist heute der dritte Advent. Ich möchte nicht, dass ihr euch am vierten Advent zwischen den Jahren oder zum Abschluss des Jahres nochmal intensiv mit Gewalt beschäftigt. Macht dasselbe wie ich. Fahrt nach Hause, verbringt Quality Time mit euren Leuten, geht in die Kirche, essen Keks. Aber so ein Podcast braucht dann keiner mehr. Deswegen gibt es jetzt die letzte Episode für 2019. Und gleichzeitig ein mega Dankeschön an diejenigen von euch, die hier die ganzen Likes dalassen, die das abonniert haben, die es teilen über die sozialen Medien. Ich weiß das mehr als zu schätzen. Das macht eine Menge Spaß, dieser Podcast, auch wenn es ein Haufen Arbeit ist, insbesondere beim Editing. Um das zu belohnen, gebe ich euch hier ein Tool, was euch wirklich direkt sicher machen kann, indem ihr einfach die paar Schritte, die ich euch hier aufzeige, nutzt, um aus Videos zu lernen. Das ist das Thema des heutigen Podcasts. Ich habe mich hier mega drauf gefreut und benutze dieses Tool selber für Kurse wie cerebrale Selbstverteidigung, wo man im Prinzip keine Nahkampftechniken durchgeht, sondern durch Denken besser werden soll im Denken. Und auch in der Serie SV Verstehen seht ihr dieses Tool immer wieder eingesetzt. Wo dieses Tool gut eingesetzt werden könnte, ist in solchen Interessegruppen wie in dem Kraft-Mager-Blog vom Dominik Lansen. Es gibt noch eine Menge weitere. Das ist der erste, der mir so einfällt. Da werdet ihr jede Woche mehrere Beiträge finden, die ein Video präsentieren, wie ein gewalttätiger Überfall so stattfindet. Wenn ihr dann in die Kommentare guckt, sind da sehr viele leidenschaftsgetriebene Kommentare. Ich würde ... oder der hätte .... Der allererste Schritt, wenn ihr aus Videos lernen wollt, ist, dieses Armchair Quarter Backing zu vermeiden. Was ist ein Armchair Quarter Back? Das ist jemand, der aus der Bequemlichkeit des Sessels ein Urteil spricht und jetzt quasi sagt, so und so und so müsste es gehen, ohne dass er sich wirklich mit dem Problem auseinandersetzt oder es auch nur konkret auf sich anwendet. Ich bin davon absolut kein Fan, aus ganz, ganz vielen Gründen. Einer ist, dass den Opfern dieser Straftaten letztlich damit totales Unrecht getan wird. Die werden noch mehr in diese Opferrolle gedrängt, die haben noch mehr falsch gemacht und der Armchair Quarter Back wäre viel, 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 viel besser gewesen und umso weniger ist dann das Opfer wert. Das müssen wir also aus integrieren Gründen schon ganz konkret vermeiden, aus produktiven Gründen schon, weil es keinen direkt besser macht. Stattdessen gebe ich euch jetzt acht Punkte, an denen ihr euch entlanghangeln könnt, insbesondere wenn ihr Trainer seid oder wenn ihr einfach oft solche Videos guckt. Schreibt mit, guckt in die Videobeschreibung und setzt euch das so zusammen, wie ihr es braucht. Der erste Schritt ist sozusagen die notwendige Bedingung. Ihr müsst nämlich überprüfen, ob das Video überhaupt geeignet ist für so eine Analyse. Ich habe in der Episode Selbstverteidigung verstehen, Sport versus Gewalt mal differenziert, wo so der Unterschied liegt zwischen einer gewalttätigen Übergriffshandlung und einer pseudosportlichen. Bedeutet zum Beispiel eine Schlägerei zwischen den Taxiständen. Damit möchte ich mich hier nicht beschäftigen. Das sind ganz dumme Entscheidungen, daran teilzunehmen. Für sowas könnt ihr dieses Tool hier nicht verwenden. Ihr konzentriert euch hier bloß auf Gewalt, also potenziell auch solche Momente, die ihr vermeiden könnt. Der zweite Schritt ist ein sehr essentieller, in dem ihr euch klar werdet darüber, dass nur das Gegenüber den Kampf kontrolliert. Das hört sich erstmal ein bisschen krass an, weil ihr ja quasi damit eine gewisse Macht aufgebt. Aber wenn ihr es wirklich durchdenkt, es ist nur so. Ob wir angegriffen werden, ob wir überhaupt ein Problem kriegen, wie heftig dieser Konflikt, die Schlägerei, die Prügelei wird, ob gegebenenfalls eine Waffe eingesetzt wird und auch Faktoren wie, wann trübt das Gegenüber überhaupt ein. Das sind Sachen, die können wir maximal bedingen, aber wirklich Kontrolle darüber hat nur unser Gegenüber. Wir können dem zehnmal gegen den Kopf schlagen, ob er wirklich ohnmächtig davon wird. Letztlich entscheidet er das. Entsprechend müssen wir das in unserer Analyse derart berücksichtigen, dass wir sagen, im ersten Durchgang gucken wir uns nur das Gegenüber an. Heißt, wir gucken uns jetzt nicht an, was das Opfer falsch gemacht hat, no armchair quarterbacking, oder sagen direkt, wie es besser geht oder sowas, sondern wir gucken uns allein und einzig das Gegenüber an. Das übrigens, und das ist nur so eine kleine Seitennotiz, ist auch ein super Bullshido-ID, also eine Identifizierung von Selbstverteidigungs-Bullshit. Wenn ihr euch Demos anguckt, wenn ihr euch anguckt, wie Leute ihre Kampfkunst, ihre Selbstverteidigungsding präsentieren, mir fällt da immer Fred Mastrow ein, dann guckt mal nur das Gegenüber an. Wenn das Gegenüber da nicht viel macht, wenn das quasi null dynamische Energie zeigt, keine Täterabsicht und so weiter, könnt ihr davon ausgehen, dass das, was da trainiert ist, im Fantasieland stattfindet. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht direkt wieder die Dislikes wie beim Video, wo ich letztens ein bisschen gegen die Morrison geschossen habe, aber so ist es nun mal. Guckt euch nur das Gegenüber an und ihr könnt relativ zuverlässig sagen, ob es sich hier um wirklich einen Konflikt handelt. Und natürlich könnt ihr da auch eine Menge daraus lernen, wie ihr diesem Problem beikommen könnt. Wenn ihr euch das ein drittes Mal anguckt, dann kommt ihr zum dritten Schritt. Und das ist das Notieren der Pre-Contact-Queues. Pre-Contact-Queues sind Vorkontakthinweise. Bedeutet all diejenigen Momente, die Aussicht darauf schließen lassen, dass das Gegenüber jetzt im Begriff ist, einen strafbaren Akt durchzuführen. Also euch zu schlagen, euch zu schubsen, eine Waffe zu präsentieren, euch anzuspucken. Die Hinweise, die das ankündigen, das sind Pre-Contact-Queues. Wie geht ihr damit um? Zum einen, ihr verschriftlicht die erstmal. Bedeutet, ihr seht, dass das Gegenüber seine Schulter nach hinten zieht und es gibt hier so eine kleine Falte in der Kleidung. Schreibt euch das genauso auf. Hat zwei Vorteile. Zum einen seid ihr sehr, sehr präzise in der Wahrnehmung, wenn ihr das immer und immer wieder notiert. Das zweite, solltet ihr wirklich mal eine Zeugenaussage machen. Heißt, ihr sitzt bei der Polizei, es gab vielleicht eine Anzeige wegen Körperverletzungen oder ihr werdet auch nur als Zeuge vernommen. Je präziser ihr sowas schon mal formuliert habt, in dem Fall eben wirklich mal schriftlich aufgeschrieben habt, desto mehr könnt ihr das, was ihr später mal beobachtet, auch wirklich in Worte fassen. Ihr übt hier quasi eure Zeugenaussage. Das zweite, ihr sollt diese Pre-Contact-Queues dann durchzählen. Ihr macht eure Liste und zählt sie durch. Hier, Riesenvorteil, ihr gewinnt dadurch ein proaktives Mindset, weil es eben nicht mit dem Schlag im Gesicht anfängt. Leute, die das allererste Mal in der Straftat ausgesetzt sind, die sagen auch oft sowas wie, das kam aus heiterem Himmel. Und erst in der weiteren und weiteren Befragung erklären sie dann, was sie noch so festgestellt haben, auch viel selbst beobachtet haben an sich. Und man könnte anschließend sagen, naja, es kam also nicht aus heiterem Himmel. Da ist was passiert, aber weil es eben keine Bekanntschaft damit gab vorher, hat man darauf nicht reagieren können. Es wird in der Regel eine Menge beobachtet, aber so gut wie nichts bewertet. Kommt in den Luxus, schreibt euch auf, was ihr seht hier in den Videos schon und zählt das mal durch und ihr merkt, es passiert extrem viel, auf was ihr schon reagieren könnt. Der vierte Schritt ist, dass ihr dem Guten jetzt anfangt, Tipps einzuwerfen. Bedeutet, ihr guckt das Video ein viertes Mal, habt eure Augenmerkt nach wie vor auf dem Gegenüber, aber werft jetzt Tipps ein, die jeweils damit zu tun haben, welchen Pre-Contact-Cue ihr gerade behandelt. Das muss in einem Verhältnis stehen, sonst ist es einfach nicht mehr lagerangepasst. Der fünfte Schritt ist, die Verhältnismäßigkeit dieser Tipps zu überprüfen. Ihr wollt nicht gut darin werden, jedes Problem mit einem Hammer zu beantworten. Das heißt, ihr seht, wie das Gegenüber vor euch auf dem Boden spuckt, dann müsst ihr dem nicht den Schädel einschlagen. Wenn ihr seht, dass die Hand in der Tasche verschwindet, dann müsst ihr ihn nicht direkt erschießen und unter Umständen präsentiert ihr gerade etwas, nachdem ihr ihn gefragt habt. Also bitte behaltet hier den Kontext und guckt, dass das mit den Pre-Contact-Cues übereinstimmt. Das sind bereits die Punkte, die einen Unterschied machen dazwischen, ob ihr das Video einfach nur anguckt, genießt und sagt, wie schlimm ist die Welt oder proaktiv anfangt damit, irgendeine Form von Kompetenz nach vorne zu treiben. Wenn ihr der Polizei oder der Bundeswehr oder irgendeiner Behörde mit hoheitlichen Aufgaben angehört, dann habt ihr noch zwei Bonusschritte. Das eine ist, geht dieses Video nochmal durch, aus der Perspektive eines Partners, eines Buddys, eines Backups und macht genau dasselbe. Ihr guckt aus dessen Perspektive auf die Pre-Contact-Cues, ihr verschriftlicht das, ihr zählt die durch, werft die Tipps ein. Allerdings für denjenigen jetzt nicht direkt mit dem Gegenüber zu tun hat, sondern der einfach dabei steht als Backup, als zweiter Mann. Eine letzte Option wäre, die Person im Video als Schutzperson anzusehen. Wieder die Pre-Contact-Cues in den Fokus nehmen, verschriftlichen, zählen, Tipps einwerfen. Allerdings jetzt mit dem Fokus, sie zu sichern, als wärt ihr der Bodyguard, als wärt ihr der Personenschützer. Einfach um den Rahmen einfach noch ein bisschen weiter zu fassen, eine zusätzliche Perspektive zu gewinnen. Der letzte Schritt für alle gleichermaßen, repliziert diese Lage. Ihr habt jetzt die Pre-Contact-Cues aufgeschrieben, ihr habt die durchgezählt, ihr habt geguckt, wie ihr darauf reagiert und ihr habt auch die Verhältnismäßigkeit eurer Mittel geprüft. Dann wäre es jetzt an der Zeit, diese Anzahl, diese Verschriftlichung, das, was ihr da aufgeschrieben habt, einfach einem Rollenspieler zu geben, der danach ein Szenario baut. Nur mit seinem subjektiven Tatbestand. Wie dann eine andere Person darauf reagiert, das ist dann Szenariotraining, habt dazu auch schon mal was geschrieben. Damit könnt ihr minimalinvasiv schon ein großes Ding bauen. Ja, Leute, das ist, wie man mit Videos arbeitet. Ihr seht, dass in Selbstverteidigung versteht, ihr findet es in meinen Seminaren. Ihr solltet das bei euch im Training sehen und tut mir den Gefallen, wenn ihr auf Facebook so einen Armjack Quarterback seht, dann macht ihn darauf aufmerksam, dass er hier über Menschen redet. Menschen, die hier wahrscheinlich Leid erfahren haben und sagt, hey, wir können daraus lernen, aber lasst uns das bitte mit Respekt behandeln. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit in 2019. Hoffe, ich kann euch alle wieder begrüßen 2020. Teilt dieses Video, es ist Gold wert. Ansonsten abonniert ihr selbstverständlich den Kanal. Fragt nach neuen Themen in den Kommentaren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.